meine damen und willkommen zurück ja wir sind wieder da es geht wieder der server geht wieder er läuft wieder so dann begrüßen wir mal alle so dann wollen jetzt was wollten wir eigentlich wusste ich gar nicht war nämlich davor in einem anderen server so ja ich war nämlich auf einem anderen server virtuelle realität bis schon die letzte folge was ich hier hochgeladen habe so was machen wir jetzt ich wollte eigentlich zurücklaufen oder wir müssen ja immer noch einen klappspaten finden vektor hat übrigens auch keinen klappspaten gefunden aber viele äxte vektor war wie ich ja unten ja jetzt beschrieben habe um 8 uhr online und dann ist eben wie gesagt alles platt ähm und dann so schauen wir mal schauen wir mal das beste in die hallen rein ab ob da was neues rumliegt ja ich habe nur den ganzen tag gedacht ja wann geht denn der server endlich online aber entscheidend da sind zombie drin aber hier ist halt immer noch kein klappspaten und wir müssen dann weiter ja gehen wir mal laufen mal wieder raus am besten wieder zum nach dem buch zur feuerwache oder wir laufen nach martin oder wir laufen vier haben wir vier vier Oh, oh, oh. Da wird einfach nur auf den Reiter gedrückt, äh, beim Lounger. So. So, wir mal gucken, schauen mal drauf. Ich weiß nicht, der überlegt mir gerade, naja, der Martin ist eigentlich nicht sein, ich müsste mir ja eher in die Richtung laufen, zurück nach Dubowo. Und hopsala, ah, springen geht, jawohl. Und dann noch einen kleinen Hüpfer drüber. Test bestanden. Welche Note bekommen wir? Hoffentlich eine ausreichende Note. So, weiter geht's. Wir laufen nach Dubowo. Wir müssen endlich mal einen Klappspartel finden und, wie gesagt, der Vector hat auch keinen gefunden gehabt, aber viele Äxte, eben vor der Vorwache. Schauen wir mal. Am besten eigentlich hier nicht auf der Straße laufen, aber... Na gut. So. Low geht jetzt offline. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel einen anderen Server, ne, wo wir zuletzt waren. Wo war das nochmal? Sieben, da waren alle Missionen aktiv und da bin ich ja, falls jemand die vorletzte oder letzte Folge gesehen hat, ob... Ich war ja in einem anderen Server und da bin ich durch Dubowo gerannt. Also von Beilauf wieder über Dubowo und dann auf einmal Schüsse, zack, zack, zack. Das waren überall, die Missionen waren überall aktiv. Und, tja, damit habe ich ein bisschen nicht gerechnet und zwar auch ein Fehler von mir, als ich nicht geguckt habe. Und auf jeden Fall wurde ich da niedergeschossen auf den Berg von unten von den NPCs von Banditen oder was auch, oder Räuber oder was das sind halt, Missions-NPCs halt. Ja, da bin ich ja, habe ich bin gerannt, mich wurde zwar am Anfang getroffen, dann bin ich weiter gerannt und gerannt und dann sehe ich, dass mein Tropfen Blut rechts fast leer ist, oder ja, ein Drittel leer ist. Oder ein Drittel, ja, unter, ein Drittel voll. Und wollte ich stopfen beim, äh, stopfen beim nächsten Baum und auf einmal, klack, klack, haben die mich erwischt. Das war wohl ein durchsichtiger Baum, nein, das war natürlich der Winkel, die haben mich durch den Winkel erwischt. So, dann schauen wir mal, genug, äh, MP5 Munition sollten wir haben eigentlich, haben wir ja noch was im Dings drin, im Rucksack. Aber gut, muss auch gleich schlafen gehen, morgen zur Arbeit. Na, sieben Stunden Schlaf reichen aus, mit ein paar Augenringen, aber naja, das geht schon. So, das ist also das Dubo, wo er fiel mit der kleinen Stadt, dem kleinen Vorort. Ach komm, gehen wir mal zur Feuerwache, ich wette mit euch, da ist halt wieder keine Klappspaten. Klappspaten, wenn wir den hätten, dann könnten wir, sowas von, natürlich, das Fundament bauen. Ja, die Frage ist natürlich, wenn, ne, wenn wir den hätten. Also, den bieten wir mal, dass das, äh, der Klappspaten jetzt pront, oder so. Wenn nicht, dann müssen wir halt echt, ab der, morgen dann, oder in der nächsten Folge, ähm, an der Baustelle versuchen, unser Glück versuchen, da nachschauen. Ja. So, also, hier ist schon mal nichts, ne Taschenlampe, da ist nichts gespawnt, da ist, äh, RNG 17. Hier ist nichts gespawnt, hier ist, äh, Fernglas, und hier ist, Munition für TT, oder M9, oder was das ist. M9, ja. Das andere, M9. Ja, okay, zweimal M9, aber, das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen Klappspaten. So. Klappspaten wäre jetzt wirklich gut. Und den werden wir wahrscheinlich nicht so schnell finden. Hier ist, ähm, das und das, aber Also, den anderen Server, ne, wo wir damals gespielt haben, da hat's man ja, dann hat man's richtig zeitreicher Menge gefunden, aber hier, kann man, äh, schon viele Stunden suchen. Und man findet es nicht. Also, zumindest in den Orten hier nicht. Sandsäcke. Naja, die brauchen wir halt später, ne. Dann könnten wir da verpacken, aber... Hilft uns nicht weiter. So. Flas- Flasche leer, oder leere Flaschen. So, letzte Etage. Dann heißt es wohl, weiter suchen. So, hier so ein Rohr. Und ansonsten nichts mehr da. Schade. Sehr, sehr schade. So, okay. Da. Low hat schon tausend, über tausend Zombies. Sehr krass. Naja, gut. Ähm. Kommen die NPC-Helies. Kann sie nochmal kurz nachschauen, ob sie hier vorbeifliegen. Müssen dann beim Dobowo-Airfield gleich hier vorbeifliegen. Oder über uns. Da sind sie dann. UE1. UE2. Ob die uns gesehen haben. Naja, von der Richtung her. Von dem Winkel, glaube ich, hier nicht. Aber gut, wir machen hier einen Cut, meine Freunde. Und... Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. 둘. Tschüss. Ich glaube, das ist so großartig. Ich hoffe, das ist so großartig. Bis zum nächsten Mal.